Wir leben in dieser Endzeit, die du bestimmt hast, und du hast uns erlöst und von solcher sündhaften Welt hast du uns ausgewählt, sodass wir unser Evangelium verkündigen können und gehorsam leben können. Und wir danken dir für diese Gnade stets in unserer ganzen Welt. Und wir haben so viele Gemeinden in der ganzen Welt. Und wir möchten für die Verkündigung des Evangeliums zusammenwirken. Herr, auch in unserer schwierigen Lage, hilf uns, dass wir das Evangelium verkündigen können und mit deiner Kraft zusammen missionieren können. Herr, wir leben in dieser Endzeit und hilf uns, dass wir das ganze Evangelium verkündigen können. Bitte erlaube uns auch, Herr, deine Gnade. Diese Welt wird Tag für Tag immer brutaler und voller Sünde. Und wir wissen nicht, was in einem Tag passieren wird. Und wir leben in einer sehr gefährlichen Welt gerade. Ohne deine Hilfe, Herr, können wir wirklich nichts tun. Herr, bitte sei bei uns und bitte nutz uns, damit du durch uns deinen Plan durchführen kannst. Und halte uns fest mit deiner Kraft und mit deinem Wort, Herr. Wir beten auch für alle Prediger, die in schwierigen Lagen dein Wort verkündigen. Bitte gib ihnen auch deine Kraft und deine Macht, Herr. Herr, in dieser Stunde, die in deinem Blut wiedergeboren sind, wir haben uns versammelt und möchten gemeinsam dein Wort lernen und Gemeinschaft haben. Und, Herr, wir glauben daran, dass du bei uns bist. Bitte schau jeden Einzelnen heute an und bitte halte uns noch mehr fest mit deiner kräftigen Hand und gib jedem Einzelnen deine Gnade, die gerade auch geistlich und körperlich gerade krank geworden sind. Bitte gib ihnen auch deine Gnade, sodass sie in dieser Endzeit noch mehr für dich wirken können, und zeig uns auch in dieser Stunde dein Wort, welches wir lernen sollen und wie wir zu leben haben. Bitte belehre uns, Herr. Wir haben alles gebetet im Namen Jesus Christus. Amen. Der Chor wird für uns lobreisen. Wir haben alles gebetet im Namen Jesus Christus. Amen. Wir haben alles gebetet im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. 주의 백성관은 자여라 주께서 이 자리에 함께 계시게 하느라 언제나 주의 바람이 자랑하며 따라가리니 시험이 안 갈 때도 앞뒤 십분도다 이 빛과 온 세상 주가 짓고 주신다 모든 마음에도 주의 바람이 내려와 주신다 이 빛과 온 세상 주의 바람이 내려와 주신다 이 빛과 온 세상 주의 바람이 내려와 주신다 언제나 주의 바람이 내려와 주신다 이 빛과 온 세상 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 주의 바람이 내려와 주신다 Gesang Amen. Lass uns gemeinsam in der Bibel aufschlagen. Epheser, Kapitel 2. Epheserbrief, Kapitel 2. Epheser, Kapitel 2, Abvers 1 bis 5, will ich lesen. Epheser, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Füßen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alleine unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um unserer großen, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr rettet. Ja, das Wetter ist etwas frischer geworden. Ja, und trotzdem ist es viel besser, als wenn es zu heiß ist im Sommer. Eine schöne Jahreszeit. Es ist weiß geworden zur Ernte auf dem Feld. Die Ernte musste ja reingebracht werden. Und auch die geistliche Ernte ist gerade reif, um sie einzusammeln. Und ich denke mal, dass wir zeitlich in so einer Situation uns befinden. Am letzten Sonntag haben wir gelernt über Israel und die Muslime. Haben wir über die Situation gerade ein bisschen nachgedacht, die gerade im Nahen Osten passiert. Und wir hoffen, dass es nicht zu einem größeren Krieg sich entwickelt. Klar wird es nach dem Willen Gottes zwar passieren, aber gerade nicht nur in Israel, sondern auch in Europa und in Amerika gibt es ganz viele Proteste von den Muslimen, die antisemistisch sind und bedrohen sie und üben Gewalt aus. Und das ist überall in der Welt zu sehen. Wie wir auch in der letzten Stunde auch gelernt haben, wer gegen den Schöpfer Gott ist, aber auch die kommunistische Macht und die atheistische, wo sie sagen, es gibt ja keinen Gott und so wollten sie ja die Welt vereinen. Es gibt ja immer noch die kommunistische Macht, aber diese kommunistische Macht wird ja gerade immer schwächer. Aber dafür, die Muslimen, sie haben im Nahen Osten angefangen und sie dienen ja dem Herrn, Gott, Allah, den es nicht mal existiert. und insgesamt in 55 Ländern in Sachen ungefähr 1,6 bis 2 Milliarden Menschen glauben an diese Religion und sie möchten ja auch die ganze Welt muslimisch machen. Und wie die kommunistische Macht auch die ganze Welt verschlingen wollte und wo die muslimische Macht auch die ganze Welt verschlingen wollte. Es gibt auch eine große Macht dahinter, wissen Sie das? Ist zwar ein bisschen vorsichtig anzusprechen, aber auch die katholische Macht in der früheren Welt haben auch viele Menschen ja umgebracht. auch die katholische Bevölkerung ist ja ganz schön viel und Papst heißt es ja, der König der Religion dort und sie haben dort die größte, er hat dort die größte Macht ja und auch er das ist auch gegen die Macht Gottes weil sie haben ja den Platz Gottes übernommen und wer aber gegen Gott ist wird Gott dafür sorgen, dass sie untergehen es steht ja auch geschrieben wer gegen Gott ist dass er zermalmt wird ja natürlich in dieser Welt viele Menschen die Gott nicht kennen sind zwar gegen Gott aber bis zum Zeitpunkt Gottes wird er lange warten und geduldig sein bis jemand Buße tun kann aber die wirklich sichtbar gegen Gott antreten werden auch sichtbar untergehen und wir wissen aber auch dass die Israeliten circa vor 4000 Jahren wo Abraham außerwählt wurde bis jetzt Israel war ja ist ja außerwählt von Gott und Gott herrschte persönlich über sie und in Psalm 59 Vers 13 steht auch geschrieben dass die ganze Welt erfahren soll dass Gott über Israel herrscht ja was die ganze Welt also erfahren muss wissen muss ist dass Gott wirklich über Israel herrscht und wir kennen die Bibel sehr gut und deswegen wir wissen auch wer das Volk ist welches im Mittelpunkt der Erde wohnt aber Gott möchte durch dieses Volk zeigen wer Gott ist er zeigt es auch wirklich in der Tat durch die Geschichte Israels wer Gott gehorcht welchen Segen er bekommt und wer ungehorsam ist welche Strafe er bekommt durch die Historie Israels wird das ganz klar manifestiert und aufgrund der Sünde Christus verneint zu haben wurden jetzt 2000 Jahre lang überall in die Welt zerstreut und drangsaliert und auch ermordet Israel aufgrund der Sünde Christus verworfen zu haben wurden zwar bestraft aber auch ein Überrest wurde dargelassen damit gezeigt wird dass Gott nicht tot ist 586 vor Christus haben sie ihre Regierung verloren und 135 nach Christus haben sie ihr Land verloren und überall in die Welt zerstreut worden aber nach 2600 Jahren nachdem sie ihr Land verloren haben sind sie 1948 im Mai zurückgekehrt und haben ihr Land gegründet deswegen ist das ein Wunder was Gott bewirkt hat und zum Land Israel kommen sie zurück und kämpfen gegen die gigantischen arabischen Länder und errichten ihr Land und nachdem sie die Unabhängigkeitserklärung zur Welt annonciert hatte hatten sie am nächsten Tag sofort einen Krieg gehabt Israel war aber gar nicht bereit zu kämpfen es ist genau wie Goliath gegen David David war ein Hirte Goliath war aber ein Streiter ein trainierter Held eigentlich und er war ein Riese sechs zehn sechs Finger wie ein Monster und dieser Goliath schrie mit einer donnernden Stimme kämpf doch gegen mich und das ganze Volk Israel war am Zittern und da kam ein Hirte entgegen eigentlich wollte er seinen Brüdern kurz helfen und besuchen gehen und dann ist er gegen ihn getreten die Geschichte kennt ihr und Goliath hatte einen großen Schild also er hatte einen großen Schildträger und er hatte einen großen Speer er war ja ein Ungeheuer aber David war ein kleiner Bursche er war ein Hirte er hatte so ein Wurfschleuder was die eigentlich die Kinder benutzen zum Spielen und damit ist er gegen Goliath getreten und er sagte du kommst zu mir mit deinem Speer mit deinem Schwert aber ich komme mit dem Namen Gottes den du gerade verhöhnt er 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 den Stein geworfen aber wer hat den Stein gelenkt Gott und es traf gegen die Stirn Goliaths und egal wie riesig er ist was ein Held er ist und dieser kleine Stein wenn es gegen die Stirn durchbricht was kann er machen er hatte kein Schwert gehabt und er zog das Schwert Goliaths und hat ihn geköpft und das hat aber nicht damit geendet diese Historie sondern David hat auch die umliegenden Länder auch erobert er wurde zum großen König Israels und David ist ein Symbol für Christus der kommen soll steht ja in der Bibel auch geschrieben und im Volk Israel hat er durch das Volk auch Gottes Kraft gezeigt aber das tut er auch weiterhin Jeremia Kapitel 31 kann man lesen solange die Welt bestehen bleibt wird Israel nicht verschwinden ja und auch das Meer wo die Wellen toben ja und der Herr hat gesagt solange all diese Welt noch übrig bleibt wird diese Welt nicht verschwinden also wird Israel nicht verschwinden also das Wort besagt dass das Volk Israel ja zwar auch mal Sünden getan hatte Sünden hatte wie ähm Götzendienst gehabt zu haben oder Gott ungehorsam zu sein aber sie werden wieder ein Land werden und die heidnischen Länder erkennen ja Israel nicht an aber solange die Welt nicht untergeht wird Israel nicht untergehen hat er gesagt ja und wenn wir das Wort lesen wenn wir das hören dann wird Gott dafür sorgen dass die Länder die Israel angreifen auch die Vergeltung schmecken und 1948 am 14. Mai circa vor 70 Jahren ist Israel plötzlich nach 2000 Jahren unabhängig geworden und wurden zu einem starken Land aber von der Bevölkerung her auch wenn sie alle Juden zusammensammeln sind das nicht mal 20 Millionen vielleicht so viele wie in unserer Hauptstadt aber die haben die ganzen Medien gerade ja auch in ihrer Faust und in ihrer Hand und dass es wirklich war dass Gott hinter dem Volk steht und weiterhin durch das Volk Israel das Gott lebt wird weiterhin gezeugt werden ja und auch die Länder werden weiterhin gegen Israel aufstehen und angreifen und Gott wird aber auch für Israel kämpfen wie in Joshua Kapitel 23 Vers 10 auch geschrieben steht er wird die starken Länder vertreiben und niemand wird gegen sie antreten können einer gegen 1000 denn Gott wird für euch kämpfen wenn Gott für Israel kämpft dann kann man nichts machen und wie wir gerade auch wie ein Krieg film uns anschauen und wenn wir auch diese Situation gerade uns anschauen weil die ganze der ganze Ausgang bereits bestimmt ist die Länder die Israel angreifen wird von Gott verflucht werden denn wer Israel segnet wird gesegnet werden wer Israel verflucht wird verflucht werden und wer gegen Israel ist wird Gott gegen sie sein und vielleicht möchte man gegen Israel kämpfen aber wie kann man gewinnen wenn man gegen Gott kämpft oder und wir werden also zuschauen wie die Bibel in Erfüllung geht wir wissen jetzt nicht aber wir wissen also ganz genau wie das Resultat aussehen wird und dort gerade im Nahen Osten es sieht gerade so aus als würde ein größerer Krieg ausbrechen und die ganze Welt ist ja gerade angespannt deswegen und aber es wird wie ganz plötzlich der Frieden geschlossen werden die ganze Welt wird sich auch deswegen erstaunt sein nicht nur dort sondern die ganze Welt wird Frieden schließen als würde niemals wieder ein Krieg ausbrechen ja und das ist eine schöne Welt kommen wir zu leben und auch wenn die Unterhaltung und die ganze Kultur ja und das Menschenleben verbessert wird und als wäre das Paradies auf Erden und diese schöne Welt wird zeitlich kommen und dann es wird ein Frieden geschlossen werden der nur sieben Jahre andauern wird und dann fängt die sieben Jahre Trübsal an die in der Bibel auch geschrieben steht ich habe gestern in der Zeitung mal gelesen der damalige Vizepräsident El Gow der wollte ja auch zum Präsenten gewählt werden aber er hat knapp verloren ist auch ein ganz schlauer Herr und er hat gerade die Umwelt gerade auch ein bisschen geforscht und er ist ein einer der viele Bücher geschrieben hat die unangenehme Wahrheit und ich habe auch mal paar Seminare von ihm gesehen wie die der schreibt ganz viel über die Klima über den Klimawandel und die globale Erderwärmung und er sagt ja auch gerade wenn das Eis im Norden im Südpol schmilzt dann wird der Meeresspiegel um 65 Meter steigen das heißt dann dass die größten Städte Amerikas unter Wasser sein werden und Tokio und Beijing sie werden auch unter Wasser sein und auch hier wo wir gerade sitzen das wird unter dem Meer sein und das hat man als ein Seminar gehalten auf einer großen Leinwand wie das Meer der Meeresspiegel steigt und das hat er mal so visuell gezeigt wie eine Simulation und dann vorgestern in der Zeitung wurde gesagt dass wir höchstens fünf Jahre in fünf Jahren die Welt durch durch den Klimawandel schwierig sein wird zu leben und weil er das weiß ist er gerade auch sehr aufgedrängt sagte er und wir sehen dass alles wirklich zur Grenze zuspitzt ja und dass die Naturbedingungen immer weiter verschlechtert und voller Sünde ist und es gibt hier und dort Gefahren von Kriegen und diese Welt wird von sich aus irgendwann untergehen und der ehemalige Vizepräsident sagte er dass die Erde aufgrund der aufgrund des Natur Klimawandels untergehen wird Henry Kissinger sagte in fünf oder zehn Jahren wird wenn China oder Amerika keine Vereinbarung treffen dass es den dritten Weltkrieg ausbrechen geben wird und auch ich habe in der Zeitung gelesen dass das Ende der Welt diese Uhr es gibt ja diese Endzeit Uhr 90 Sekunden vor dem Weltuntergang steht das ist eine Uhr die von Wissenschaftlern entworfen wurde und sie berücksichtigen viele Situationen die gerade auf der Erde passieren und berechnen somit das Ende der Weltzeit und diese Kundenzeiger bewegen sich gerade aber die Menschen sagen ja ach als ob oder auch in der Bibel wird das ja gesagt sie sagen es ist Friede und es ist alles gut ja 1. Thessalonicher Kapitel 5 Vers 3 wenn man sagt alles gerade friedlich und es ist eine gute Welt zu leben ja es ist ein Paradies auf Erden und dann wird das Ende kommen und dann werden sie keinen Ausgang finden ja wenn das Evangelium überall verkündigt wird wird das Ende der Welt kommen und wir leben in dieser Endzeit ja wir sind in dieser Endzeit errettet worden oder das wissen sie ja vor 2000 Jahren circa in Jerusalem hat das Europa und in ganz Amerika eine Runde gedreht und jetzt bis zu uns auch gekommen bis nach Osten bis nach Südkorea zwar spät aber auch zu uns und dass wir in der ganzen Welt jetzt missionieren ist es dass wir vor dem Ende der Welt kurz noch einmal die Chance bekommen errettet zu werden zu den Menschen die das Wort nicht kennen und diese Chance wird nicht lange andauern sie kennen ja auch im fußballspiel nach 90 minuten gibt es ja nochmal eine zusätzliche lose time oder wie das heißt nochmal die verlängerungs minuten und diese zeit wird uns gerade gegeben meinen sie diese welt wird noch schöner sein zu leben und wollen wir deswegen einfach mal hier schön relaxieren und uns amüsieren wir müssen wirklich wachsam sein wir müssen umgürtet sein nicht den gürtel weg legen in 2. Petrus Kapitel 3 auch geschrieben steht dass die Hitze sich in dass die Elemente sich in Hitze aufgelöst werden und das wird der Ausgang sein und wie sollten wir uns dann verhalten steht ja geschrieben welche Menschen sollten wir werden wir sollten auf den Tag schauen und wirklich danach trachten der Himmel wird zerbersten und die Elemente werden in Hitze sich auflösen und wir werden in der neuen Welt leben wenn diese Welt zu Ende geht und das Ende ist nah und das Himmelreich für uns ist aber auch nah und wir werden auf der neuen Erde im neuen Himmel wohnen und wir müssen uns vorbereiten ja wir Christen müssen erst recht wirklich also wachsam sein ja und was passieren wird in der Bibel das wissen wir bereits durch die Bibel oder ja und ich wir haben letztens über den Toten über den Lebendigen gelernt und wir wollen auch weiterhin über dieses Thema lernen der Tote und der Lebendige in der Bibel wird nämlich der Errettete als Lebendige bezeichnet und der jenige der nicht errettet ist also geistlich der wird tot bezeichnet deswegen Epheser Kapitel 2 Vers 1 wie wir gelesen haben auch euch der Tod war durch Übertretung und Sünden seid ihr lebendig gemacht worden wir waren geistlich tot eigentlich aber als ich errettet wurde ist mein Geist lebendig gemacht worden Gott wirkt gerade in der Geschichte so als Adam und Eva im Garten Eden geschaffen wurden und im Garten Eden sie haben nicht so lange gelebt im Garten Eden und ihre Kinder bevor sie noch weiter verbreitet hatten die Menschheit war nochmal ungehorsam und hat gegen Gott gesündigt und sie waren ungehorsam zu Gott und haben von der Frucht gegessen und man hat gesagt wenn du von der Frucht bist wirst ihr gewisse sterben die Seele die Sündigt soll sterben ihre Seele sind gestorben ihr Körper war zwar am Leben aber dass deren Geister tot waren bedeutet dass die Verbindung zu Gott unterbrach der Strom ist ja gerade da wir haben gerade Licht und das Mikrofon funktioniert ja auch und alles funktioniert gerade warum weil der Strom gerade verbunden ist das ist der Strom wenn der Strom tot ist dann haben wir keine Verbindung mehr und tot bedeutet dass die Verbindung zu Gott unterbrochen ist auch die ihr Tod war durch Übertretungen lebendig gemacht das heißt wir hatten wir haben jetzt zu Gott diese Verbindung und deswegen 1. Korinther Kapitel 6 Vers 17 auch schick geschrieben die Christus angehören ist ein Geist dass mein Geist und Gottes Geist vereint wurde dass wir vereint sind und nun mein Geist und Gottes Geist sind unzertrennbar verbunden und deswegen ihr Tod war durch Übertretungen lebendig gemacht ja und wissen sie wie erstaunlich das Wort hier ist der lebendige und der tote sind auf jeden Fall unterschiedlich oder heutzutage gibt es ja diese zombie filme diese zombies natürlich ist es aus einer reinen Fantasie die Toten die kommen aus dem Grab heraus und in seltener Form gehen sie ja so rum aber die Menschen die nicht wieder geboren sind tut mir leid aber sie sind zombies in Gottes auch wie wie zombies ja denn deren Werke sind tot ja und der lebendige aber der normale und den man kann ja nicht vergleichen zwischen den zombies und den lebendigen oder aber wie sollte also der lebendige sich verhalten was auf jeden fall wissen muss ist es gibt auf jeden fall einen unterschied zwischen der lebendigen und den toten der lebendige denkt nach warum Gott uns wieder belebt hat und was mit den toten passiert wird ja auch in der bibel beschrieben was gott also tut ist den toten wieder lebendig zu machen wollen wir mal aufschlagen johannes kapitel 5 johannes kapitel 5 vers 17 johannes 5 vers 17 jesus beantwortete ihnen mein vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch mein vater wirkt bis jetzt so wirke ich auch wie wirkt der her ja und erste mose können wir lesen dass die ganze welt erschaffen wurde am siebten tag war die schöpfen gottes zu ende am siebten tag hat er sich ausgeruht die ganze welt das universum und alles was er getan hat und erschaffen erschaffen hat das ist in sechs tagen vollbracht worden einige sagen 24 stunden ein tag in sechs tagen ist das alles fertig einige sagen in 2 petrus kapitel 3 steht ja geschrieben ein tag ist wie tausend jahre ja und in genetus kapitel 1 am ersten tag am zweiten tag am dritten tag ja diese schöpfung dort vielleicht meint ihr damit tausend jahre pro tag aber meinen sie gott braucht zeit um etwas zu schaffen wenn der mensch ein brot backen will dann muss er erstmal etwas einpflanzen und das getreide muss wachsen und die pflanzen einsammeln das getreide einsammeln und dann das zermalmen und dann zum brot machen aber jesus konnte sofort das brot machen und er hat aus fünf fischen zwei broten hat er weitere dinge erschaffen er kann aus dem nichts etwas schaffen gott ist ein schöpfer ja es gibt nichts was gott nicht kann bei ihm ist ja kein ding unmöglich und er braucht solche prozesse gar nicht und weil jesus ja gleich gott ist er kann alles sofort alles erschaffen gott braucht nicht 24 stunden um irgendwas zu schaffen dass er licht dann erschaffen kann oder den himmel dann am dritten tag hat er ja aus dem meer die er hervor gerufen und dann die pflanzen erschaffen dass sie auf der erde wachsen können nach ihrer art nach seiner art und auch diese 24 stunden braucht er eigentlich nicht er könnte das auch alles in einer sekunde erschaffen was meinen sie ja meinen sie gott braucht ganz lang um irgendwas zu erschaffen ja und je nach größe wird gott je nach größe wird er aber er braucht er braucht nicht lange zeit ja es werde lichten es wurde licht das war die sonne eigentlich gab es die sonne nicht ja am anfang aber schuf gott himmel und die erde und er hat zwar die er erschaffen aber die sonne wurde am ersten tag gemacht es wurde licht ja und das ist die sonne und die sonne ist circa 100 100 300 1,3 millionen fach größer als die erde und viel heißer und es wurde in einem tag geschaffen ist das seltsam und in sechs tagen hat er alles erschaffen und da endete das werk gottes am siebten tag hat er sich ausgeruht hat er sich ausgeruht weil er zu viel gearbeitet hat und müde war nein sondern es gab nichts mehr zu tun und am siebten tag hat er sich ausgeruht am achten tag auch und weiterhin es gibt ja nichts zu tun aber dann seit wann hat Gott angefangen zu wirken mein Vater wirkt bis jetzt seit wann denn in 1. Mose Kapitel 3 seitdem Adam gesündigt hat hat Gott ein neues Werk angefangen zum Beispiel wenn der Vater den Tisch gemacht hat aber sagen wir mal der Sohn hat den Tisch kaputt gehauen mit einem Hammer dann muss der Vater nochmal arbeiten genauso weil Adam gesündigt hat Gott hat Adam geformt und blies in Odem in seiner Nase und wurde eine lebendige Seele aber die Seele ist gestorben wegen der Sünde was muss er jetzt machen die Seele muss er wieder lebendig machen wie kann man jemanden lebendig machen der in der Seele verstorben ist er ist durch die Sünde gestorben deswegen ist die Arbeit die Seele wieder lebendig zu machen nicht einfach weil Gott der Gerechtigkeit ist ist es nicht einfach so in Römer Kapitel 6 23 steht ja geschrieben der Lohn der Sünde ist der Tod also es gibt jemanden der verkauft wird und wenn man ihn wieder kaufen möchte muss man den Preis dafür zahlen einfach so geht das ja nicht man muss den Preis dafür bezahlen und das ist halt nicht so einfach und die Erschaffung dieser Erde ist durch sein Wort einfach geschehen und auch das ganze Universum wird durch sein Wort einfach reguliert steht ja geschrieben in Hebräer und er hält alle Dinge fest durch sein Wort und das ganze Universum läuft auch durch das Wort Gottes aber um die Seele eines Menschen zu retten geht es nicht durch das Wort nicht durch seine Macht was muss gemacht werden richtig der Lohn der Sünde muss gezahlt werden wie denn der Adam repräsentiert ja die ganze Menschheit und deswegen muss ein anderer Adam gesandt werden der ohne Sünde ist und er muss für die ganze Sünde der Welt sterben und dieses Werk ist nicht einfach und deswegen der Herr belebt den Menschen die Seele des Menschen in Vers 21 Johannes 5 21 steht ja denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht so macht doch der Sohn lebendig welcher er will wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht das ist seine Arbeit aber auch der Sohn tut es was der Vater tut mein Vater wirkt bis jetzt so wirklich auch und Christus ist gekommen um diese Arbeit weiter zu machen wie kann man den Toten bitte lebendig machen durch das Wort geht das nicht wenn ein Mensch gesündigt hat weil er für die Menschheit gestorben ist muss ein anderer für die Sünde sorgen und sterben auch so macht der Sohn lebendig welcher er will um lebendig zu machen muss der Herr sterben denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass es einen eingeborenen Sohn gab er muss sogar sterben er muss für die Sünde sterben er ist dafür gekommen wie ein Weizenkorn unter die Erde fällt und nicht stirbt so bleibt es allein wenn Christus nicht stirbt wenn er Christus ist ein Korn welches auf die Erde gefallen ist wenn er nicht stirbt dann wird niemand wieder geboren wenn er aber stirbt dann werden viele Früchte da gebracht ein Mensch also kam um für uns zu sterben und dann kann er uns alle erretten und deswegen 1. Korinther Kapitel 15 Vers 22 steht ja auch wie in Adam alle gestorben sind so werden in Christus Leben finden ja also durch Christus werden die Seelen lebendig gemacht und das ist die Arbeit die Gott tut die größte ja dass er den Toten lebendig macht dass er dann durch seinen einzig geborenen Sohn diese Arbeit weiter verrichtet und dafür ist Christus gekommen ja Jesaja 57 schlagen wir mal auf Jesaja 57 Jesaja 57 Vers 15 denn so spricht der Hohe erhabene der Ewigwohnende dessen Name der Heilige ist in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem das zerschlagene dem demütigen Geist ist es damit ich den Geist der Demütigen belebe und das Herz der Zerschlagene erquicke denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein denn ihr Geist würde von mir verschmachten und die Seelen die ich gemacht habe so der Hohe und der Habende ewig wohnt und das Name gar nicht erhöhter sein kann das ist ja Gott und Satan wollte sich auf seinen Platz setzen und er wurde ja vertrieben der Luzifer und der der ewig wohnt und Gott ist der höchste und ewig wohnder der heilig ist er ist heilig er ist der Heiligste der gar keine Sünden hat sozusagen und so spricht der Herr was sagt er in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem das zerschlagene demütigen Geist ist richtig er ähm ist bei dem Höhen und er schaut sich die Welt an und die Sünder und er ist bei dem der zerschlagene Geist ist des demütigen gedemütigten Geistes der seine Sünden bekennt und Buße tun möchte wenn er von seiner Sünden umkehren möchte und da ist sein Geist zerschlagen oder und Gott schaut auf die Menschen die zerschlagenen und dem gedemütigten Geistes sind ja der erkennt dass er vor Gott ein Sünder ist und er rettet werden möchte und das ist genau das ist die Demut das ist die Demut damit ich den Geist der gedemütigten belebe und das Herz der zerschlagenen erquicke ja derjenige der den Geist der gedemütigten belebt bedeutet dass er ihn lebendig macht dass er meinen Geist belebt Psalm 23 steht jetzt ja auch der meinen Geist wiederbelebt belebt und mich auf die Straße der Gerechtigkeit führt der meine Seele erquickt und der Herr der von der Höhe der von der Hoheit ist der kommt auf diese niedrige Erde und er hat den Geist der gedemütigten ja und denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein ja der Geist der Mensch hat gesündigt und der Mensch wurde vom Garten Eden vertrieben deswegen ja und die die ganze Trauer und die ganze mühselige Arbeit kam auf die Menschen zu ja und der Mensch Gott ist zornig geworden ja und weil der Herr heilig ist dann möchte er keine Sölle tolerieren aber ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein ja er will nicht für immer und ewig zornig sein und er möchte nicht für immer so sein und auch nicht für immer wütend sein warum auch wenn er kurz wütend war er möchte den Menschen eine Chance geben Buße zu tun ja er rettet zu werden ja er schältet die Menschen und weist die Menschen auf ihre Sünde hin und derjenige der Buße tut ihr Geist werde ich erquicken denn ihr Geist würde vor mir verschmachten die Seelen die ich gemacht habe der Mensch ist ja nach dem Ebenbild Gottes gemacht worden und diese Seele würde ja verschmachten und das möchte Gott nicht er möchte nicht dass die Seele verschmachtet ja und deswegen auf dieser Erde Gott hat sein Zorn auf die Erde gegeben aber er wird nicht für ewig rechten er wird nicht für immer zornig sein er möchte die Menschen nicht für immer für ewig in die Hölle schicken damit sein Geist nicht verschmachtet ja und deswegen ähm ist derjenige der die Seele eines Menschen wieder belebt lebendig macht das ist sein Werk ja und deswegen 1. Korinther Kapitel 15 21 steht wie alle Menschen Adam gestorben sind ja sein Geist ist gestorben seine Seele und so macht der Herr alle lebendig die in Christus sind durch Christus wird jeder wieder lebendig gemacht und das ist sein Werk ja und deswegen 1. Korinther Kapitel 15 äh Vers 45 steht Adam wurde zu einer lebendigen Seele ja 1. Mose Kapitel 2 da wurde Adam eine lebendige Seele aber der letzte Adam Jesus er ist ein Geist der lebendig macht warum der Geist war im Leben die Seele war im Leben aber ist gestorben deswegen brauchen wir jemanden der unseren Geist lebendig macht und Christus ist dafür gekommen um uns lebendig zu machen unsere Seele lebendig zu machen ja und wir sind gleichzeitig ähm also Adam gibt es zweimal einmal den ersten und den zweiten Adam ja den ersten Adam aus dem Garten Eden und den zweiten Adam Jesus Christus der lebendig macht ein Geist der lebendig macht ja ein Geist der lebendig macht ist Jesus in Adam sind wir gestorben in Christus sind wir lebendig geworden ja und deswegen Johannes Kapitel 6 Vers 47 48 steht ja wahrlich wahrlich ich sage euch wer glaubt er hat das ewige Leben und ich bin das Leben und ich bin das lebendige Brot ich bin das Brot des Lebens sagt er ja und in Vers 51 ich bin das lebendige Brot vom Himmel wer davon isst wird ewig leben Christus ist das lebendige Brot aus dem Himmel er ist das lebendige Brot und wenn der Tote das lebendige Brot ist wird er ewig leben ja wer glaubt er wird das ewige Leben haben richtig durch den Glauben was haben wir getan das Brot essen wir durch den Mund aber das lebendige Brot müssen wir in dem Herzen glauben und zu glauben bedeutet zu essen zu verzehren ja dann hat man das ewige Leben erste Mose Kapitel 3 Vers 24 steht nachdem Adam gesündigt hat und er wurde vom Garten Eden vertrieben da gab es den Baum des Lebens in Garten Eden es gab dort den Baum des Garten des Lebens den Baum des Lebens und man lebt wenn man davon isst aber derjenige der die Fruchterkenntnis des Bösen gegessen hat darf nicht mehr von der Frucht des Lebens essen deswegen wurde es versteckt erste Mose Kapitel 24 steht ähm dass der Herr um den Baum herum sein Scherub also seine Engel drumherum gesetzt hat die den Baum bewachen so dass sie so dass der Baum um äh nicht zugänglich ist ja ja und es gab ein feueres Schwert drumherum ja und ein Flammenschwert und der Engel hat drumherum den Baum beschützt ja und wenn man dort die Frucht essen will dann stirbt man ja und deswegen wurde es versteckt ja und nun der Sünder kann nicht mehr dorthin gehen ja wenn man davon isst wird man das ewige Leben erhalten und deswegen um uns zu erlösen ähm zwischen dem Sünder und dem Baum des Lebens gibt es den Tod wenn man das essen will stirbt man und da in die Stelle ist Christus gekommen und er ist gestorben Christus ist am Kreuz gestorben so dass der Weg zum Lebensbaum geöffnet wurde und Christus an seiner Seite ist ja ein Speer durchbohrt und da ist das Himmelstor breit geöffnet worden wissen sie das ja und deswegen nun haben wir das die Frucht wieder des ewigen Lebens ja das lebendige Brot oder die lebendige Frucht ist genau das gleiche gemeint ich bin das lebendige Brot wer von mir ist wird das ewige Leben haben und deswegen der Lohn der Sünde ist durch den Tod Jesus Christus bezahlt worden und durch seine Auferstehung hat er seine Frucht uns gegeben ja und deswegen sein Tod und seine Auferstehung ist alles bezahlt worden durch seinen Tod sind unsere Sünden bezahlt worden und nach seiner Auferstehung ist unser Leben geschenkt worden und ja also durch den Tod die Sündenvergebung durch die Auferstehung wurde das Leben gegeben und wir sind ja in Petro wie in Petro steht durch seine Auferstehung sind wir zum neuen Leben gebracht worden ja also die Sündung und das neue Leben ja das ist damit gemein mit Wasser und mit dem Heiligen Geist wiedergeboren zu werden Johannes und deswegen wer das davon ist wird ewiges Leben haben durch sein Kreuz haben wir die ewige Frucht ja Gott hat den Weg geöffnet ja Johannes Kapitel 5 Vers 25 steht dass die Toten die Stimme Gottes hören werden und das ist jetzt wer davon hört wird leben ja es kommt eine Stunde wo die Toten die Stimme hören werden ja also Tod durch die Sünde und wer davon hört wird leben ja also Christus hat unseren Sünden vergeben und dieses Evangelium wenn man davon hört wird man leben ja Römer Kapitel 1 Vers 16 steht ja auch geschrieben und das ist das Evangelium ja die Kraft Gottes die Menschen lebendig zu machen und das Evangelium was ist denn der Inhalt des Evangeliums Christus ist für unsere Sünden gestorben auferstanden und so uns das Leben gegeben und das ist das ewige das Evangelium durch den Tod und durch durch die Auferstehung Jesu Christi und das ist das Evangelium ja und deswegen ähm wer das Wort hört und erkennt Kolosser Kapitel 1 Vers 6 und das Evangelium ist zu euch gekommen von dem Tag an da ihr die Wahrheit Gottes in Wahrheit erkannt habt ja der Tag wo wir die Gnade in Wahrheit erkannt haben da ist unser Geist lebendig geworden wer davon hört wird lebendig werden ist das nicht erstaunlich ja ähm Gott hat geplant der Vater Gott hat geplant Christus die Menschen erlösung geplant und vorhergesagt dass Christus kommen wird und nach der Vorhersage ist Christus gekommen nach dem Versprechen gestorben auferstanden der Heilige Geist ist gekommen und ähm erzählt uns davon und deswegen zweite Gründer hat ja Apostel Paulus gesagt wir ja die wir das Evangelium verkündigen wir sind ähm wir sind Mitstreiter Mitarbeiter Gottes ja er hat selber gesagt dass er mitwirkt um die toten Seele lebendig zu machen Christus ist gestorben damit dieser Weg geöffnet werden kann und Christus der Auferstand ist hat uns das neue Leben gegeben wie ich wie der Vater mich sendet so sende ich euch hat er gesagt also die Erlösung ist durch Jesus Christus vollbracht worden und wenn der Heilige Geist kommt werdet ihr meine Zeugen sein und uns wurde die Aufgabe gegeben und die Apostel auch den Aposteln auch das Wort weiter zu verkündigen deswegen sagte er mein Vater wirkt bis jetzt deswegen wirke ich jetzt auch und so werden wir jetzt auch dazu aufgerufen nicht nur Paulus mit Gott zusammen zu arbeiten das Evangelium zu verkündigen so dass Menschenleben errettet werden und wir arbeiten also mit Gott wenn wir das tun ja Christus hat das getan der Heilige Geist wirkt und wir wirken dort mit ist das nicht erstaunlich dass wir es schaffen können die Lebendigen die Toten lebendig zu machen und das möchte Gott durch uns tun deswegen Jesaja 55 Vers 4 steht ja geschrieben kommt her zu mir und hört so wird eure Seele leben wenn wir das Wort hören und erkennen wird unsere Seele leben Gott tut es lebendig zu machen das ist sein Werk und deswegen 1. Johannes schlagen wir mal auf 1. Johannes Kapitel 4 1. Johannes Kapitel 4 Vers 9 Vers 9 und 10 Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat damit wir durch ihn leben sollen darin besteht die Liebe dass wir nicht dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden so ist Gottes Liebe uns geoffenbart worden und zwar wie dass der Sohn gesandt wurde damit wir durch ihn leben sollen das ist Gottes Liebe oder Epheser Kapitel 2 Vers 4 steht die wir tot waren durch unsere Übertretungen und Sünden und wir folgten einst dem Satan nach dem Fürsten dieser Welt und wir haben nach dem Verlauf der Welt gelebt als wäre es der Verlauf und auch wir einst lebten darin je nachdem wie der Satan uns geführt hat nach unserer Begierde und nach dem was unser Herz wollte wir waren Kinder des Zorn steht ja geschrieben richtig wir haben derjenige der nach seinem Instinkt legt nach seinem Willen ist ein Kind Gottes des Zorns aber Gott der Reich ist am Erbarmen er möchte nicht dass ein Sünder in die Hölle fährt er möchte das nicht deswegen hat er sein Erbarmen der reiches an Erbarmen hat durch seine große Liebe der reiches an Liebe und Gnade auch uns wieder belebt lebendig gemacht durch Christus durch Gnade seid ihr rettet der reiches am Erbarmen durch die große Liebe die er hat seine große Liebe in mir blüht auf wie die Sonne scheint in mir da seine große Liebe in mir deine große Liebe große Liebe wie groß ist sie wissen wir nicht aufgrund seiner großen Liebe hat er uns lebendig gemacht ja ist uns so offenbar gemacht worden warum hat er seinen Sohn in die Welt gesandt damit wir durch ihn leben damit wir durch ihn leben sollen und Gott hat uns so eine große Liebe uns gegeben und er hat uns so eine große Liebe uns gezeigt wie groß ist seine Liebe ja Epheser Kapitel 3 steht auch geschrieben dass die Höhe seiner Liebe und die Tiefe die Länge und die Breite so groß ist wie groß eine Liebe doch ist oder so hoch wie der Stern viel höher als die Sterne und von dort oben kam kam auf die Erde herab breiter als das Meer höher als der Himmel tiefer als das Meer die Liebe des Herrn höher als die Sterne seine Liebe kam so tief herab für einen Sünder der zur Tiefe der Hölle gehört dass er alle Menschen liebt wie breit sie ist und die Länge seiner Liebe ist unendlich und es ist keine einfache Liebe und diese Liebe darin ist die Liebe Gottes zu uns gezeigt worden dass er sein eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat damit wir durch ihn leben sollen Dank seiner Liebe leben wir also der reich ist an Erbarmen der hat uns wieder beliebt lebendig gemacht durch die Vergebung der Sünde darin besteht Liebe nicht dass wir Gott geliebt haben haben wir etwa wir waren doch Feinde Gottes wie haben wir den Gott geliebt Gott hat uns geliebt und er hat sein Sünden Opfer für unsere Sünden gesandt wir waren Feinde gegen Gott aber durch sein Sünden Opfer sind wir vertragen haben wir uns vertragen versöhnt worden versöhnt worden auch und deswegen nicht nur für die unseren sondern für die ganze Welt geschrieben für die der ganzen Welt nicht nur für uns die wir glauben sondern für alle Menschen der Welt das heißt auch draußen die nicht glauben Jesus hat sie geliebt aber sie wissen das nicht und sie gehen unter weil sie nicht daran glauben ja und deswegen wo ist der Ursprung das ist allein seine Liebe der Ursprung dass wir errettet sind ist nur durch seine Liebe möglich und deswegen Jesaja Kapitel 38 Vers 17 steht auch geschrieben zum Frieden diente mir bitteres Leid der Grund warum er uns fleischliche Bitterkeit erlaubt ist damit er uns den seelischen Frieden gibt Klagelied Kapitel 3 Vers 33 steht auch geschrieben nicht aus Lust plagt Gott die Menschen Kinder es ist nicht seine eigene Intention also der Grund warum er uns Schmerzen gab die Erde so schwierig gemacht hat ist nicht seine Intention wenn zum Beispiel die Eltern ihre Kinder züchtigen warum züchtigen sie ihre Kinder nicht damit sie sterben sondern damit sie umkehren der Grund warum Gott uns auch Bitterkeit erlaubt ist zum Frieden diente mir bitteres Leid denn du hast meine Seele liebevoll umfangen und hast mich von der Grube herausgeholt und hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen der meine Sünden lieb hat und mich aus der Grube des Verderbens herausholt auch uns hat er rettet und es ist allein durch seine Liebe ja und deswegen Johannes Kapitel 3 steht ja geschrieben Gott hat die Welt so sehr geliebt mich und sie ohne eine Ausnahme so sehr geliebt wie sehr dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat bis zur Kreuzigung damit jeder der an ihn glaubt an Jesus glauben bedeutet an seine Liebe zu glauben an seine große Liebe zu glauben an nichts anderes Gott hat uns so sehr geliebt und durch seine große Liebe hat er seinen Sohn für uns geopfert und uns wiederbelebt und uns zum ewigen Leben gemacht und jeder der an seine Gnade Glaubt geht nicht verloren sondern hat ewiges Leben der der eigentlich verloren geht bekommt das ewige Leben Johannes Kapitel 3 36 steht der glaubt hat das ewige Leben der nicht glaubt wird das ewige Leben nicht sehen sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm wer glaubt hat das ewige Leben wer nicht bleibt Gottes Zorn auf seinem Haupt da ist Gottes Zorn dann auf ihm und Römer Kapitel 5 Vers 8 steht auch geschrieben als wir noch Sünder waren ist Christus für uns gestorben und so beweist Gott seine Liebe zu uns als wir noch Sünder waren wir waren feindlich gesinnt gegen Gott aber Christus ist für uns gestorben da hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen ist das nicht erstaunlich wenn wir nach seinem Willen Leben etwas Gutes tun das bringt überhaupt nichts um in den Himmel zu kommen es ist allein durch die Liebe Gottes aus seiner absoluten Liebe bedingungslos heilige Liebe dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat und diese Liebe wie könnten wir seine Liebe vergleichen womit derjenige der das Himmelreich erschaffen hat er hat seinen einzigen Sohn zur Erde geschickt damit er gekreuzigt wird für uns und wie könnten wir seine Liebe ermessen oder aber was sicher ist durch seine Liebe hat er uns bedingungslos errettet und deswegen Römer Kapitel 5 Vers 5 steht ja auch geschrieben dass wir durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in uns hineingegossen hat das alte Testament hat versprochen dass Christus gesandt wird und dass er uns errettet dass er am Kreuz sterben wird und unsere Sünden bezahlt der Heilige Geist kommt und bezeugt von dieser Wahrheit und der Heilige Geist hat seine Liebe in uns hineingegossen bedeutet dass er uns verstanden verstehen lassen hat was seine Liebe für uns bedeutet ja durch die Kraft des Heiligen Geistes hat er uns in uns hineingegossen Offenbarung steht auch geschrieben durch seine Liebe die mit der er uns geliebt hat hat er von unseren Sünden befreit ja uns befreit von unserer Sünde uns befreit steht geschrieben ja vom Anfang an bis zum Ende ist es durch die Liebe Gottes der Ursprung unserer Rettung ist allein die Liebe Gottes 2. Korinther Kapitel 5 Vers 14 steht die Liebe des Christi drängt uns was heißt das drängen dass seine Liebe uns wirklich festhält ja mich im Griff hat und wenn einer für alle gestorben sind alle gestorben ja einer hat gesündigt so sind alle Menschen gestorben aber da ist einer für alle gestorben so sind alle gestorben ja der Tod Jesu Christi er ist für uns gestorben also sind wir gestorben ja der Tod Jesu Christi ist ja für alle bezahlt worden ja und wir sind eigentlich Sünder die sterben müssten aber Christus ist für uns gestorben ja weil einer gesündigt hat so sind alle Sünder geworden und deswegen wenn einer gestorben ist so zahlt er all die Sünden ja ein Sünder der sterben sollte ist gestorben Römer Kapitel 6 Vers 23 da geschrieben der Lohn der Sünde ist der Tod ja und er hat all die Sünden bezahlt am Kreuz Hebräer 9 steht ja geschrieben dass er durch sein eigenes Blut eine ewige Lösung erworben hat er hat eine ewige Lösung erworben ja und er ist in das Heiligschirm angegangen und er betet für uns ja als eine als eine Garantie Herr ich bin für ihn gestorben er ruft uns ja bei Namen und sagt ich bin für ihn und für sie gestorben schau her Herr ich bin gestorben stimmt mein Sohn ist für sie gestorben klar wird ihnen vergeben und Gott ist zufrieden und das ist es das ist die Errettung ja ja und mehr gibt es nicht Kolossa Kapitel 1 Kolossa Kapitel 1 Vers 21 Kolossa Kapitel 1 Vers 21 und 21 und 22 auch euch die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht so die ihr einst also bevor wir errettet waren die ihr einst entfremdet wart ja und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken ja stimmt wir waren ja auch wirklich feindlich gesinnt und waren weit weg von vom Herrn entfernt so wie Feinde wenn man ein Feind Gottes ist ja wie Angst einjagen ist das wenn jemand mein Feind ist und der folgt mir nach weil er mich töten möchte wow wie wie schrecklich wäre das wir waren aber Feinde von Gott ja und jetzt aber in dem Leib seines Fleisches durch den Tod ja die wir Feinde waren das ist jetzt nicht mehr der Fall und euch heilig und tadellos zu versöhnen deswegen wenn wir daran glauben werden wir mit Gott versöhnt da ist die Feindschaft nicht mehr da ja und jetzt ist die Feindschaft nicht mehr da und deswegen reicht er die Hand und sagt wir vertragen uns nun und wir müssen nur seine Hand annehmen und greifen ja und Gott vergibt uns für ewig und er reicht uns seine Hand aber wenn wir seine Hand einfach verstoßen was wollen wir da machen ja es gibt einen Grund warum er uns versöhnt hat und er rettet hat ja warum damit wir unverklagbar und tadellos dargestellt werden heilig tadellos unverklagbar der Grund warum er uns er rettet hat also damit er uns heilig macht ja unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht und deswegen dass damit wir vor ihm stehen ja dafür also nachdem wir errettet worden sind und die Sünden vergeben worden sind habe ich jetzt verstanden aber wie könnten wir heilig sein oder wie wage ich es untadellos zu sein unverklagbar und heilig vor Gott dazustehen dass wir errettet worden sind ist in einem Moment passiert ja durch den Glauben Epheser 2 8 denn durch den durch die Gnade seid ihr errettet durch den Glauben aus Gnade seid ihr errettet ja durch den Glauben Gottes Gabe ist es wir sind allein durch die Gnade Gottes errettet worden ja aus der Gnade da darf man nichts hinzufügen und wie werden wir aber heilig wir sind zwar durch die Gnade errettet aber nun wenn wir von Papa und Mama das Leben bekommen haben so bin ich geboren aber dann ich muss wachsen richtig ja der Herr hat mich gezeugt dann werde ich dann verworfen nein ich werde erzogen jeden Tag muss ich gebadet werden gefüttert werden richtig und auch umgezogen werden ja und das ist die Liebe des Herrn unter der Obhut meiner Eltern ohne sie wie sollte ich wachsen ja nach der Errettung ich muss heiliger und Stück für Stück heiliger werden ja unverklagbar tadellos und das ist auch in der Liebe Gottes möglich Johannes Kapitel 17 Vers 17 steht geschrieben ja heilige sie durch deine Wahrheit dein Wort ist die Wahrheit ja durch die Gnade sind wir errettet worden und durch die Wahrheit wird er geheiligt heiligen oder ersäubern ja bedeutet genau das gleiche wir sind zwar errettet worden aber wir haben immer noch den alten Instinkt in uns deswegen haben wir immer noch hier und dort so Sündflecken Sündflecken richtig aber der Heilige Geist durch dein Wort durch sein Wort heilige sie durch dein Wort also dein Wort ist die Wahrheit durch das Wort wenn wir das Wort lesen hören ja und gehorsam sind und da findet er unser Leben immer mehr Stück für Stück und das ist was der Heilige Geist tut ja ja heilig und tadellos unverklagbar ja dann stehen wir vor dem Herrn so nun nachdem wir errettet sind wir müssen wirklich Stück für Stück immer heiliger werden ja heilig bedeutet von der Sünde abgetrennt zu sein und tadellos für Gott also wir sind ja eigentlich voll von Fehler aber diese Wunde der Sünde muss also mehr und mehr geheilt werden wie eine Krankheit auch heilt die Wunden unserer Sünden müssen also immer mehr und mehr verschwinden und geheilt werden und dann wenn wir vor dem Herrn stehen dass wir nicht getadelt werden müssen schauen wir mal unser Leben zurück voll von Fehlern oder wie ich rede wie ich lebe und das muss äh weiterhin verändern sich verändern das ist der Grund warum Gott uns errettet hat ja er möchte nicht den Sünder erretten und sofort in den Himmel mitnehmen sondern der Grund warum er uns noch auf der Erde leben lässt in der Gemeinde vor allem wir sind ja in der Gemeinde und in der Gemeinde lernen wir doch immer wieder das Wort oder nicht ja und erst Petrus 2 steht ja geschrieben und seid begierig nach der unverfälschenden Milch des Wortes damit ihr sie damit ihr durch sie heranwachst zur Errettung ja ein kleines Kind trinkt von der Milch und wächst und wächst genau so müssen wir auch das Wort Gottes aufnehmen und wachsen bedeutet dass mein alter Instinkt fällt und die Persönlichkeit Christi in mir Form gewinnt Stück für Stück Galater Kapitel 4 Vers 19 steht auch geschrieben ja und damit das Wesen Christi in mir Form gewinnt muss ich nochmal Geburtswene erleiden ja zur Welt zu bringen ist zwar auch eine harte Arbeit aber auf jeden Fall auch zu wachsen nachdem man errettet worden ist ja auch nachdem man errettet worden ist gibt es doch immer noch viele Kinder ja Grünther Kapitel 3 Vers 2 und 3 steht geschrieben ihr seid immer noch unmündig also Kinder in Christus ja ihr seid zwar errettet aber immer noch Kinder ja ihr gehört noch zum Fleisch ja ich höre noch dass es Streitigkeiten in euch gibt ja und wenn man errettet ist muss man wachsen aber wie lange seid ihr errettet aber es gibt immer noch Streit und Zwietracht unter euch ja die erretteten Menschen ja die sagen ich bin seit Jahren errettet wenn irgendwie ein Bruder irgendwas falsch getan hat oder da wird sein Gesicht rot und äh ist wütend und ist am beleidigen ja ist am fluchen ja möchte sogar seine Fäuste schwingen naja wann werden sie endlich erwachsen ne Christus wurde geschmäht aber er hat nicht sie zurück geschmäht er wurde bedroht aber er hat sie nicht zurück bedroht er ist der König der Könige aber man hat ihn angespuckt man hat ihn mit der Faust äh mit der Hand sie ihn geschlagen und man hat ihn verflucht aber er hat das still angenommen und könnten wir nicht ein Stückchen von dem Herrn auch lernen abschneiden weil nur jemand mir einen Fehler getan hat möchte ich wirklich wütend sein und ja und ihn zurückhassen ja wir müssen jemanden ein bisschen man muss ihn ein bisschen provozieren und dann weiß man was in ihm drin steckt aber so dürfen wir nicht sein ja Matthäus Kapitel 5 Vers 48 steht geschrieben ja wie der Vater im Himmel vollkommen ist so seid auch ihr vollkommen ja wie könnten wir denn vollkommen sein wie unser Vater im Himmel ja wenn wir einen herrlichen Vater halten und er sagt zu seinem Sohn du es reicht wenn du ähm ungefähr äh zu meiner Hälfte äh mich zum zur Hälfte zum Vorbild nimmst das reicht nicht oder damit wir teilhaftig werden an deiner Gottzeit steht ja auch geschrieben das ist der Grund warum er uns errettet hat damit wir so werden wie Gott ja der Herr also wir sind nach seinem Ebenbild erschaffen worden und er hat uns wieder belebt oder was macht er dann ja die verlorene Form die verlorene Form der Gottheit muss wiedergefunden werden bis die Form des Christus in euch Gestalt gewinnt bis das Wesen Christi in mir Gestalt gewinnt Wofür hat man eine Erziehung in der Welt damit man den Menschen menschlich erzieht oder human erzieht aber heutzutage die Erziehung hat ja nicht das als Ziel deswegen viele die sagen ich habe viel gelernt sie reden aber auch unüberlegt und dann denken wir wie wie naiv ja wie naiv man ist ja egal was für einen Schulabschluss hat wie viele Doktortitel er auch haben mag ja man sagt er ist wirklich unerzogen ja unerzogen sagt man dann derjenige der wirklich gelernt hat der ist anders sein Wesen ist anders seine Persönlichkeit ist anders ja wir müssen Christus ähneln also ja auch in unserer Gemeinde was machen wir wir lernen ununterbrochen das Wort wofür ja dass mein ja die unnötigen Sachen in mir auch weiter entfernt werden ja man sagt ja auch makellos ja damit die Gestalt Jesu Christi in mir immer vollkommener werden kann dafür ja damit wir nicht getadelt werden müssen und unverklagbar sind Stück für Stück ihm ähnlicher zu werden ist das Ziel des Bibelstudiums all die Schrift ist durch Gott inspiriert zur Überführung ja zur Belehrung ja zur Erziehung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes zubereitet sei daher Mensch muss immer mehr göttlicher göttlicher verwandeln zu jedem guten Werk vorbereitet deswegen in jeder Tat in jedem Wort muss ich mich fragen werde ich wie Gott ich muss Gott ähnlicher werden wenn ich sage ich bin errettet aber meine Taten sind wie Satan ist das in Ordnung hm jemand sagte nämlich wenn man die Buddhisten sich so anschaut wem ähneln sie ja wie sie den Kopf kahl rasiert haben mit dieser Uniform ja mit diesen Rom warum weil sie schauen immer den Buddha an und der Buddha sieht ja auch so aus wie gnädig gütig sieht ein Buddha aus ja deswegen sagt man ja der Buddhist sieht immer mehr aus wie dem Buddha aber wir Jesu Anhänger ja sie werden ja nur äußerlich ihm ähnlich aber wir müssen wirklich innerlich ihm ähneln ähneln ist das so machen wir das so Apostel Paulus Galater er sagt ja zu den Galatern bis die Gestalt des Christus innerlich Gestalt gewinnt muss ich nochmal Geburtswehen erleiden warum nochmal sagte er damit jemand errettet werden muss wie viel hat er gearbeitet heutzutage auch um jemanden zur Seele in Errettung zu bringen wie viel Arbeit muss man leisten wir hatten ja ein Bibelseminar letzte Woche und heute sind bestimmt welche da die da errettet worden sind und dort um jemanden zu retten da müssen viele Leute zusammenarbeiten und dafür beten ja und Zeit investieren seine Mühe dort ablassen damit man eine Seele weiter retten kann ja wie viel muss man zusammenleiden aber nach der Errettung ist alles in Ordnung nein damit ich mein Glaubensleben führen kann man muss sich zum Wort leiten damit sie ihr Glaubensleben führen können man muss ja daneben sein und helfen oder wenn ein kleines Kind geboren ist muss die ganze Familie um das Kind sein und ihm helfen damit das Kind aufwachsen kann ist doch klar damit man errettet werden kann leiden wir zusammen für das Evangelium und nach der Errettung so dass sie ihr Glaubensleben gut führen können helfen wir auch ja und damit er nicht verletzt wird oder so ja die zuvor erretteten wenn sie einfach so reden wie sie möchten und sich verhalten wie sie möchten dann denken die ach darf ein erretteter Christus sein was wollen sie machen wenn sie dann das als Beispiel nehmen obwohl das ein falsches Beispiel war und der kleine Bruder der ähnelt seinem großen Bruder das heißt wenn die zuerst erretteten falsch leben dann werden die hinter uns folgende Christen auch uns ähneln uns als Beispiel nehmen sie sehen nämlich auf die Christen die länger wiedergeboren sind wenn sie gut leben dann denken sie ah ich müsste auch so leben wenn jemand falsch lebt man darf ruhig wohl so sein dann ist unsere Verantwortung so groß oder nicht und deswegen nach der Errettung müssen wir mehr und mehr Christus ähneln ja lass uns noch an der Stelle aufschlagen Epheser Kapitel 5 Epheser Kapitel 5 Epheser Kapitel 5 Vers 26 und 27 damit er sie heilige nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde die herrlich sei sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe sondern dass sie heilig und tadellos sei wenn ein kleines Baby geboren ist wird es nach paar Tagen erst gewaschen einmal im Monat jeden Tag muss das Baby gewaschen werden oder ich habe das erstmal nicht verstanden ist doch ein kleines Kind das ist doch nicht so dreckig warum muss es jeden Tag gewaschen werden aber man muss jeden Tag das Baby waschen damit das Baby gesund wird und für den Kreislauf ist es besser ja man weiß es nicht aber es gibt vieles was abgemacht werden muss ja und auch nach der Rettung ja im Wasserbad des Wortes bedeutet man wäscht sich durch das Wort ohne Wasser können wir uns waschen in Israel gerade wo es einen Krieg gibt in Gaza gibt es kein Wasser auch kein Trinkwasser und es gibt da gar kein Wasser um sich zu waschen und deswegen ich habe da wirklich gesehen das sieht wirklich schrecklich gerade aus ja unser Körper wir müssen uns jeden Tag waschen jeden Tag duschen und ja auch wenn wir hier waschen und hier und da ein bisschen schminken aber mein Herz warum wollen wir unser Herz nicht pflegen jeden Tag Bibel lesen ja und hören lernen gehorsam sein und durch das Wasserbad im Wort damit er sie heilige ja was heißt das heilig werden ein Grad mehr ein Schritt mehr als sauber zu werden sauber zu werden heilig werden das wir dem Herrn ähneln damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde Christus ist der Bräutiger und wir sind eine heilige Gemeinde neben ihr neben ihm Adam wurde tief einge in den Schlaf gesetzt und aus seiner Rippe hat man eine Frau erschaffen und Adam ist aus seinem tiefen Schlaf aufgewacht und was hat er gesehen Miss Eva ja und da lächelte er und wie schön sah sie wohl aus in seinen Augen ja schöner als Miss Earth bestimmt ja und Adam freute sich und dachte das ist Gebein meines Gebeines Fleisch meines Fleisches ist und Jesus Christus ist der Bräutiger und wir sind seine Braut aber ein Sünder der eigentlich grausam ist ja aber der Stück für Stück immer und mehr heiliger wird und als eine heilige Gemeinde dargestellt wird bevor Adam und Eva gesündigt haben wie schön sie waren ja wie rein sie waren und so möchte er uns darstellen und verwandeln ja als eine glorreiche Gemeinde deswegen Epheser Kapitel 5 steht ja geschrieben Christus ist der Bräutiger und wir sind seine Braut und das ist ein Geheimnis ja steht ja geschrieben damit wir ohne Runzeln sein ohne Runzeln ohne Flecken ohne Flecken ohne Runzeln ohne sowas dass wir heilig vor ihm dastehen und so möchte er uns darstellen nach unserer Rettung ja wir müssen mehr und mehr Christus ähneln oder wenn er wieder kommt ja da kommt der Bräutiger der Bräutiger zieht ein und er kommt ganz schick und hübsch rein die Braut kommt jetzt rein und seit drei Monaten kein Bart genommen ja die Haare sind zerberstet und sagen wir mal sie kommt gerade kriecht gerade raus und der Bräutiger würde entsetzt sein und weglaufen wollen oder ja die Braut muss rein sein ja und schön gepflegt dort stehen wie schön wäre es wenn sie auch im Herzen so wäre wir auch ja unser Herz wir müssen wirklich wenn wir vor dem Herrn stehen wir müssen äh deswegen auch daran denken in Offenbarung Kapitel 90 steht hier geschrieben die Hochzeit ist nah ja und wir die hat eine feine Leinwand an die feine Leinwand ist was die gut die gerechte Tat der Heiligen oder der Herr ist bald da und wir sollten uns nicht nur freuen sondern wie werde ich vor dem Herrn stehen darüber müssen Sie auch mal nachdenken ja dass wir sauber vor ihm stehen ohne Runze ohne wir müssen wir müssen so vor ihm stehen dafür sind wir errettet worden wir sind nicht die Toten sondern wir sind die Lebendigen wir müssen auch so leben mit den Lebendigen heute wollen wir bis hierhin lernen lass uns gemeinsam beten Herr der du gnädig bist Gott unser Vater wir waren Menschen die fern von dir entfernt waren ähm die es verdient haben von dir gerichtet zu werden aber durch deine große Liebe Herr hast du uns reingewaschen und die wir tot waren hast du uns wiederbelebt und uns zu den Kindern gemacht und wir danken dir dass wir in dein Reich hineingehen können Herr wir wollen auch vor dir stehen jeden Tag neu uns verwandeln hilf uns sehr dass wir vor dir reinstehen können bald wenn du wiederkommst in deiner Herrlichkeit wenn wir vor dir stehen hilf uns dass wir dazu nicht mangelhaft dastehen sondern ohne Runze und Flecken dastehen können bitte erneuer uns jeden Tag in unserem Wandel und in unserem Wort Herr wir wollen unser ganzes Leben auf dich vertrauen und haben gebetet in deinem Namen Jesus Christus Amen Amen